Dortmunder Konter, Reina wieder rechts, Reus im Zentrum. Und da steht Haaland Blank nach dieser unfreiwilligen Vorlage. Das war Slapstick. Wir sind zum 3 zu 1 für Borussia Dortmund. Erling Haaland hat wenig einfachere Tore gemacht. Hier aus einem Bremer Angriff heraus, Friedl genau auf den Fuß von Marco Reus. Und dann schauen Sie mal, Reina, jetzt haben Sie eine 3 gegen 3 Situation, vorbei an Moisander. Und dann kommt der Pass von Möwald, unfreiwillig auf Erling Haaland. Relativ simpel um Kofrena, hier Moisander von der Ferse von Christian Groß und über die Fußspitze Kevin Möwald.